Musik Eine riesige offene Spielwelt, tolle Grafik, dynamische Missionen und drei spielbare Charaktere auf der Suche nach dem großen Geld. Das ist Grand Theft Auto V. Verfügbar ist das jetzt schon heiß begehrte Spiel ab Frühjahr 2013. Das hat Entwickler Rockstar Games jetzt bekannt gegeben. Während des Abenteuers können sie jederzeit zwischen den Protagonisten wechseln, oft sogar während der laufenden Mission. Der Computer steuert in der Zeit die anderen beiden Figuren. Um die riesige Spielwelt zu bereisen, stehen ihnen jede Menge Fahrzeuge zur Verfügung, darunter BMX-Räder, Jet-Skis und sogar Flugzeuge. Zur besonderen GTA-Amosphäre soll wie gewohnt auch die Musik beitragen. Jede Menge Radiosender untermalen die Missionen mit etlichen Musikrichtungen, von Hip-Hop bis Classic-Rock. Wer genug von Missionen hat, kann sich auch in GTA V die Zeit mit Minispielen vertreiben. Je nach Vorliebe stehen Golf, Poker oder auch Basejumping zur Wahl.